Liebe Rapid-Fans, ich möchte mich recht herzlich bedanken für heute. Die Stimmung war unglaublich, hat sich angefühlt wie bei einem Heimspiel. Also super, vielen Dank und freue mich auf nächste Woche aufs Spiel. In den letzten Jahren haben wir uns immer sehr, sehr schwer hier getan. Warum hat es gerade heute so gut funktioniert? Ja, es ist für uns wunderbar, dass wir da jetzt seit langer Zeit wieder einmal gewonnen haben. Jetzt ist das Thema da auch wieder einmal erledigt, dass wir da auswärts gewinnen können. Tut uns gut und ja, was war der Schlüssel heute zum Erfolg? Dass wir einfach konsequent und mit viel Nachdruck auftreten sind, dass wir am Ball laufen lassen müssen. Viele Rapid-Fans mit dabei, ich glaube auch für den Trainer und für die Mannschaft ganz, ganz wichtig hier. Heute eigentlich ein Heimspiel in der Südstadt? Ja, wichtig natürlich. Ich habe gesagt, es war einmal Zeit, wobei man realistisch sein muss und sagen muss, der Gegner Hut ab mit der Aufstellung. Mit den jungen Leuten, sehr angeschlagen, müde vom Donnerstagsspiel. Da muss man natürlich auch realistisch einschätzen, das Spiel. Da muss man natürlich auch realistisch sein muss.